Wir haben einen Blenden. Okay, weg hier. Haben wir das gleiche Video? Das überspringen wir jetzt einfach mal. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Star Wars Battle Front mit dem Big Mana. Und dem Video. Aber bis zu unserer Ankunft, müssen Sie die Imperial-Truppen abwehren, die sich ihrer Position erinnern. Das komische ist ja, Börje. Ah, ich bin's. Das richtig komische ist ja, dass jetzt im Moment... ...dass die gar nicht die anderen mehr da sind. Welche anderen? Welche anderen? Ja, die mit dem Video waren. Mit dem Video waren denn welche? Hallo? Das Anfangsvideo! Ich san... Ach so. Ja, die sind weg. Ich bin tot. Okay, nächste Welle. Das hast du das alleine gemacht. So, um was sollen wir wetten? Mordi und so, ihr seid ja alle noch jetzt da. Um was sollen wir wetten? Und ich... Einfach mal Sportswette. Wie... Wie weit, glaubt ihr, kommen wir jetzt auf normal... ...in dem Spiel? Jetzt wie viele Wellen schaffen wir? Das möchte ich mal gerne mal wissen. Also ich... Ich schätze einfach mal, wir schaffen es jetzt komplett. Oder zumindest bis zur zehnten Welle. Was kam jetzt für welche? Die Kampfläufer? Ne, normale. Ach, normale, okay. Ein paar schwere... Schwere... ...gegner. Ah, okay. Mein... Mein... Mein Geschütz macht... Äh... Spannend. Ich bin gar nicht mehr im Geschütz drin. 15? Mordi sagt alle 15. Boah, alter. Glaube ich nicht. Und, 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 und... Niklas sagt 6. Ja, ja. Da sind sie down. Hä? Hast du es geschafft? Ja. Hä? Wie hast du das denn jetzt gemacht? Ja, da kam ein Gegner. Ich habe aufgeschossen. Die sind gestorben. Dann habe ich die Welle geschafft. Boah, ja. Hin, 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 hin. Wuh! Wuh! Ich bin auch zu früh gelandet. Scheiße. Okay, Mordi sagt 15. Niklas 6. Wir sind gleich in Reichweite unseres Kämmer. Aufpassen, Teil! Oh, 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 oh. Ja, zurück, 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 zurück. Ich habe keinen Jetpack nicht mehr als"... Noch nicht? Komm, 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 bitte! Wo seid ihr denn? Ja, wo seid ihr denn? Auch noch Gegner ne? Einen Gegner habe ich. Kommen sie. Yeah, zu zweit Oh, die Kapsel wird zurückerobert, Bay Hin, 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 hin Ja, warte Scheiße, schaffst du was da drauf? Auch nicht Oh, kacke Oh, Gott sei Dank Gott sei Dank Nice Ja, wie gesagt, Molly, 15 gibt es Und Okay, was kommt jetzt für eine? Ich bleib mal kurz hier Komm schon, AT-ST Wetten? A-T-ST, A-T-ST, A-T-ST Und Okay Nee Normale Boys Okay Haha Oh, da ist der Das stimmt wirklich, ey Sie haben sie abgehört vorläufig Tu mal mit deinem Mund offen, ey Ja, tut mir leid, ja Das Gute ist ja, Böhe, bei der neuen Kamera Also meine Kamera, die du jetzt im Moment hast Die Webcam Sieht man es halt natürlich alles noch viel besser Böhe, hier oben ist ein Extraherz Wie viel hast du? Wie viele Herzen? Zwei Zwei Oh Gott, ich nehm es mir Du stirbst sowieso immer eher als ich Da kommen sie Da kommen sie So, Kopfschuss Da ist einmal richtig in die Birne geschossen Da löppt das doch Da löppt das, ne Stress, einer steht hinter mir Nee, unfertigt Okay Also rein theoretisch müssten wir jetzt die nächste Welle nicht überleben Dann würde Niklas schon verlieren Wir haben das Signal einer weiteren Rettungskapsel Kapsel hin Da kommen ATS-T Ich hab ne Patz daraus Ich warte jetzt noch so lange bis die Kapsel Aber es dauert noch ein bisschen Scheiße Komm, 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 komm Yeah Oh, hier sind Gegner Wir sichern die Rettungskapsel Scheiße Wir müssen eine Rettungskapsel sein Ein Gegner noch Irgendwo muss ein Gegner sein Der ist hinten Nein, das ist tief weiter Dann geh du zurück Dann bewache ich hier die Kapsel Ja, der hat natürlich ein Fotolicht von mir auch noch bekommen Der ist jetzt auf dem neuesten Stand im Moment Noch ein Greenscreen bräuchte er noch hinter sich Dann wäre er auf dem neuesten Stand Und Sehr nice Komm her, komm her Was? Ich kann nicht schießen? Da und wie ich denn Warte Es kommt gleich Aber was macht das Ding Das zieht ja selber Das Teil Was ist das für ein Scheiß Ding? Soll ich auch zu mir kommen? Oder Schaffst du es noch irgendwann mal? Ich schaff das noch Ja, ja, ja Das schaff ich schon Dumme Ausreden Was ist? Ich hab Zeit Mach ruhig Ich quatsch die ganze Zeit mit Mordi und so weiter Und Mordi und Niklas Wie geht es euch beiden? Lange schon nichts mehr gehört Muss man ganz ehrlich sagen Ja, ja Oh Gott, bist du schlecht Also die Schnauze Das macht gerade Das wackelt das Teil hier Alter, dann gebe ich dir schon So voll die Aufmerksamkeit Dass du das machen kannst Und darfst Dann kriegst du immer noch nicht hingeschissen Ich hab vorhin schon die Teile getroffen Und wie krieg ich es jetzt gerade nicht hin Bei diesem Typen hier Weil das Teil Das zieht immer zurück Weißt du? Es wackelt richtig die ganze Zeit Das ist ganz nervig Bei mir Ah, Cook hab ich Ja, weil bei dir ist es auch nicht Wackelt Bei mir ruckelt es die ganze Zeit Das Teil Okay, Level Jetzt kommt ein neues Aber da hinten ist ein Herz Wenn du brauchst, Böje Da hinten Im Hangar drin Im Hangar drin, Böje Hol dir das Ja! Ho, 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 ho Ja! Ja, du bist so hektisch Sei mal ruhig hier Deshalb will ich mit dir nie DS spielen Weil du zu hektisch bist, ey Wo ist das denn? Oh, mach auf ein Ding! Oh, bist du blind, ey! Mann! Kein Wunder, dass du so schlecht in CS bist Ich bin sehr gut, immer Hallo, das schreibt hier Eure Dings von uns auch Niklas Da nicht zuweck Niklas kann das gar nicht bezeugen Das Spiel kann zuerst Ich bin gestern War ich zweiter Mit positiv Oh, da ist er Flieger Ähm Und soweit wie ich in CS bin Muss Niklas erst mal hochkommen Oh, jetzt kommen die Skills Ich würde nicht so eine große Klappe haben Oh, jetzt Jetzt fängt es an Jetzt fängt es an Jetzt fängt es an Ist ja so Nein, ist doch okay Äh Oh, der ist da oben Ich finde die Fliegedinger Die sind so albern Guck mal Komisch, oder? Welle 6 War Einfacher Wie jetzt Level Welle 7 Wie jetzt fängt es an Ich arbeite Ich spiele An den ganzen Sachen Da, die da kommen ATSD und sowas Ich glaube ich lauft Kommen ATSDs 3 Jetzt 2 von 3 5 Leute spielen in einem Team Es ist ein Teamspiel Wie, äh, Rainbow Six übrigens So ungefähr Muss man sich das vorstellen Nur, dass man nicht die Baum beplenden muss Sondern, ähm Irgendwann ich werde hier oben grad Richtig hart Ja, ich hier auch Die machen nur ihre Nein, nimm doch was anderes Das gibt sich Diese Das ist nicht Den Weibertschern Das ist grad Schule schreiben Weil ich nachher noch was Für die Schule machen muss Erfahre ich grad die ganze Zeit Da hab ich ja echt Bock drauf So Guckt, war doch wieder easy, ey Welle 8 Immer Ja Aber nur auf Mit normal, ne Also Muss man immer dazu sagen Ja, okay, aber Ich hab immer noch die Panzer Oh, wieder ne Kapsel Ja, die ist da hinten Nimmer Du bist, glaub ich, in der Nähe Jetzt gleich wieder ATSDs kommen Da sind gar nicht so viele Hacker Die sind nur in den unteren Stufen Die Hacker meistens Der ist so Man muss halt wissen, wie man das Spiel spielt Das ist halt Wo ist denn ATSD? Der läuft da irgendwo rum Wie so ein Krabbeler Und Tieffighter Dann kümmere ich mich um den ATSD Und du machst du wieder den Flieger Okay? Okay Ja Danke, da musst du den So, warte Das sind zwei Jetzt komm Ja, dann mach doch einfach Das ist doch ganz einfach Komm, wo werde ich denn jetzt wieder beschaffen? Wir haben die Rettungskapsel gebaut Jetzt mach die Tür offen Mach die Tür offen Was krieg ich? Was krieg ich? Jo, das ist geil Das ist nice Nein Nice, der ist kaputt Noch zwei Gegner, Böje Nicht was, halt doch mal deine Klamm Ich konzentrier mich in die Art Böje Was? Ach, du hast die immer noch nicht? Ich war tief, Alter, ne Bei mir ruckelt das Teil die ganze Zeit Ja, dann steig du aus und ich mach Dann kümmere du mich um irgendwelche Posten oder sowas Zack Wo ist der Nächste? So, Teile machen Dann komm wieder zurück Waren das? Bleiben Sie wachsam Der Feind behältet noch einen Angriff Noch einen Angriff, ja Das ist wie ein Herz, Böje? Holst du die oder soll ich sie mir holen? Ich hab drei, vier Du hast vier? Ich hab auch vier Wo bist du näher dran? Ich bin näher dran, glaub ich Ich bin sechs, sechs Meter da dran Oh ja, du bist näher dran Oh oh, Elite Schattentruppen, Böje Oh Sind sie da oben? Keiner Alter, die wurden die verzerrt aber viel Wenn die Schattentruppen Ja Oh ja Oh ja Oh die Die laufen aber Oh, die können sie unsichtbar machen Ja, hast du nie von Kalkatan gehört? Und den Schattentruppen, die es da gab Alter Katan, ich hab Jedi-Nut-Let's-Fledding gemacht Ja, darum sag ich ja Das sind die Das sind die, glaube ich Sind die Teile? Okay, dann weiß ich auch Bescheid Okay, warte Jetzt Da kommt ja noch eine neue Kapsel Mordi muss auch nicht den Mund aufreißen Der wurde von der Frau ins Call of Duty abgezogen Das ist peinlich Sehr gut, Mordi Mach weiter so Ach, Böj, nimm das jetzt nicht so ernst Und wir gewinnen noch grad Trotzdem Brauchst du Hilfe, oder? Ich brauch Hilfe hier Von mir weg Komm Sind die oben? Nice one Okay Böj, das würdest du auch bei der Frau Glaube ich nicht Geil Oh, da ist der Da ist die Sturftruppe Hab ich Okay, noch einer Irgendwo muss noch einer sein hier Irgendwo rumlaufen Hinter mir Da ist er Sehr schön Sehr schön Wuuuuh Elf Okay Okay, wieder eine Versorgungskapsel Ich mach die wieder Wenn nichts so weit weg ist Da ist er Oh, die ist da Wir haben das Signal einer weiteren Rettungskapsel geauftet Wir erobern die Rettungskapsel Alle Mann auf Gefechtsstation Da kommen sie wieder Aufpassen Okay LTS, T-Bail Einer Schwerer LTSD nähert sich ihrer Position Och, nein ATSD und Harriere Wo ist er? Da Komm nach oben Kommt Kommt Was ich gar nicht Unsicher Mach ich Im Vogel Ey, wir haben die Da getötet Scheiße Da ist er Genau Junge, Junge Jetzt sind sie auf sich gestellt Okay, und Leben investieren Mach ihn Das ist der Einzige Das ist der Einzige nur noch Ne, noch drei Gegner Wir ficken den jetzt von hinten Warte, ich hab Orbitalangriff Ach, der Turm ist kaputt ATSD ist kaputt Sehr gut Jetzt ist Ja, die Türme sind kaputt Ich mach Beide Ja Wenn wir Wenn du Panzerpost Ihr selber zielt Das wäre Dabei Im Moment gibt es hier Gar keine Punkte Irgendwie reparieren Oder so Ist er irgendwie Stückfeste Kannst du dein Ding Es nehmen Ich wollte schon sagen Alter Ne, der eine Turm ist doch noch Heile Da baut Die sich wieder auf Dann baut Die sich auf Nach einer Zeit Der war gerade auch Kaputt Okay, dann gehe ich hin Beide Türme sind Beide Noch zwei Gegner Zwei Türme Zwei Tiefweiter Glaub ich Zwei Glaub ich, ja Die sind beide bei dir Da kommt der eine Einer und Sehr schön Läuft Meister Läuft Meister Das war auch Außer dem Mordervofair 3 Und net CSGO Weil so ein Noob Game Zock ich net Leider gibt es in COD mehr Hacker Als in Kontosweik Im Moment Ich zock beides nicht Ich bin raus aus der ganzen Nummer Mordi Das hier ist wie ein Herzböje Ja, nehm dir Ja, nehm dir Nehm dir Ähm, vor allem Die 90er sind sowieso scheiße Und jetzt das neue Alter, da kommt sofort ganz viele hier Aaaaaaahhhhhh Nein, 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 noch ein gegner und der ist bei dir ja da der ist bei dir guck mich mal an ich habe ein richtig schlechtes gefühl die ganze zeit schon seit ihr ok jetzt was denkst du atst alles alles da unten kommen wo wie das ding verzieht warum ist hier echt da ist noch einer oben also in der stundgruppe in diesen links ist halt wie nimmt man das viele noch der ist auch noch zwei geknackt oder ist nicht heißt er ist da wir müssen fremd sein ich sehe kein mehr Da kommt's ja, da ist Schandentruppe, Schandentruppe. Hast du? Yeah. So, und jetzt Level. Das letzte Level, Level 15. Äh, Welle. Ja, mal Level. Das kann ich nicht, warum ich mal Level sage, ey. Okay, ach, noch ne Verwendungskapsel. Und die brauchen wir bestimmt, ey. Ja. Holst du die? Die da? Ach, ich mach schon. Du hörst du nie zu? Oh, guckst du immer auf ein Handy. Ich bin da, ich muss hier für die Schwule noch was machen. Dann bleib du aber stehen, Böe, an der Kapsel. Was nehmen die ein? Oh, ja. Oh, jetzt, oh, jetzt. Okay, es sind wieder Dingsbums. Entweder. Ähm. Wo sind die, wo sind die? Einer ist, ein ATS-T ist da oben. Der läuft da die ganze Zeit her wie so ein Vogel. Hä? Ich, ich, ich. Die T-Fighter, die sehe ich nicht. Wo sind die denn? Hören tu ich es aber. Ich versuche gerade den ATS-T so ein bisschen zu nudeln. Da, da. Oh, was habe ich da? So, dreh um, dreh um, dreh um. Genau, und jetzt kommt es zu mir hin, Baby. Sehr schön. Zack, kaputt. Okay, war da nur einer? Kann das sein? Ruf mich denn jetzt an. Welcher Spaß tut mich denn? Ja, kaputt. Noch ein Gegner, Böe. Das ist? Irgendwo ist da noch einer. Bei dir. Ah, da. Das war gute Arbeit mit dem Lennon. Yeah. Morin hatte recht. Auch obwohl er geraten hatte. Dankeschön. Mit Video sogar. Geil. Neunmal sind sie im Hangar drin. Da kommt Han Solo. Haha, geil, ey. Nice one, Alter. Klima geht's out. Cool. Das war doch schön. Das ist echt geil. Das war doch nice. War doch nice. Weiter. Du hast gerade angerufen. Wer denn? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wer ruft mich an? Kein Schwein ruft mich an. Ich rufe eigentlich wirklich nie jemand auf dem Handy an. Ne? Ne, ich kriege immer Nachrichten dann. Ich bin ein Nachrichtenmensch, aber kein Handy, Fritze. Okay. So, ich verlasse das. Und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Beißt aufs Battlefront mit dem Big Mana. Und dem Ingo Viva. Genau. Tschüss. Ne, deine Nummer habe ich ja auch eingespeichert. Das ist acquaintanz.